Es gibt zwei Arten von Menschen des rechten Spektrums. Die einen attestieren dem Westen ein baldiges Ende, während ihn die anderen als bereits untergegangen betrachten. Beide Gruppen jedoch sind sich in einem Punkt einig. Schuld an der Krise des Westens sei die linksliberale Ideologie, die Emanzipation der Frau und der damit ein hergehende Geburtenrückstand gegenüber asiatischen, muslimischen und afrikanischen Völkern. Dabei vergessen sie allerdings allzu gern, dass diese Entwicklung kein Phänomen der jüngeren Politik und des angeblichen Wertefalls ist, sondern bereits vom rechten Intellektuellen Oswald Spengler diagnostiziert wurde. Dieser beschrieb in seinem Werk Untergang des Abendlandes jene Veränderungen, welche seiner Ansicht nach für den Zerfall der westlichen Welt ursächlich sind. Das, was den echten Bauern mit einer tiefen und unerklärlichen Angst befällt, der Gedanke an das Aussterben der Familie und des Namens, hat seinen Sinn verloren. Die Fortdauer des verwandten Blutes innerhalb der sichtbaren Welt wird nicht mehr als Pflicht des Blutes, das Los der Letzte zu sein, nicht mehr als Verhängnis empfunden. Nicht nur, weil Kinder unmöglich geworden sind, sondern vor allem, weil eine bis zum Äußersten gesteigerte Intelligenz keine Gründe für Vorhandensein mehr findet, bleiben sie aus. Doch Spengler begnügt sich nicht mit der Analyse seiner eigenen Zeit, sondern geht Jahrtausende in der Geschichte zurück. Die Ehe ist eine kunstgewerbliche Aufgabe und es kommt darauf an, sich gegenseitig zu verstehen. Sie gehören alle sich selbst und sie sind alle unfruchtbar. Dieselbe Tatsache in Verbindung mit denselben Gründen findet sich in der alexandrinischen und römischen und selbstverständlich in jeder anderen zivilisierten Gesellschaft, vor allem auch in der, in welcher Buddha herangewachsen ist. Und es gibt überall im Hellenismus und im 19. Jahrhundert, so gut wie zur Zeit des Lao Tzu und der Chavaka-Lehre eine Ethik für kinderarme Intelligenzen. Angesichts dieses Befundes kann die Debatte um den Verfall traditioneller Werte, also der familiären Bande, kaum mehr diskursfähig sein. Rechte, die Spengler gerne als Autorität heranziehen, kennen häufig nur den Titel seines Hauptwerks oder verschweigen, dass er den Zerfall der westlichen Kultur als unumgänglich ansah, da ausnahmslos jeder Zivilisation dem Kreislauf des Florierens und Verwölkens anheimfalle. Eine bloße Vermehrungspolitik könne den Untergang nicht aufhalten. In seiner Schrift »Jahre der Entscheidung« 1933 verschärft sich der Tonfall Spenglers. Er propagiert den Geburtenrückstand als Omen des Untergangs der weißen Rasse. Der Sinn von Mann und Weib geht verloren, der Wille zur Dauer. Man lebt nur noch für sich selbst, nicht für die Zukunft von Geschlechtern. Die Nation als Gesellschaft, ursprünglich das organische Geflecht von Familien, droht sich von der Stadt her in eine Summe privater Atome aufzulösen, deren jedes aus seinem und im Fremdenleben die größtmögliche Menge von Vergnügen, Panem et Cetensis, ziehen will. Die Frauenemanzipation der Ibsen-Zeit will nicht die Freiheit vom Mann, sondern vom Kinde, von der Kinderlast und die gleichzeitige Männeremanzipation, die von den Pflichten für Familie, Volk und Staat, die gesamte liberale sozialistische Problemliteratur bewegt sich um diesen Selbstmord der weißen Rasse. Es war in allen anderen Zivilisationen ebenso. Diese Erzählung zieht sich durch das gesamte rechte Spektrum, dessen Gedankengut die Freiheit des Einzelnen stets einem vermeintlichen Gemeinwillen zu unterordnen sucht und dabei das Lied von Panem et Cetensis anschnimmt, also einer hedonistischen Zivilisation, die einfach keine Lust mehr auf Kinder hat und Kraft dieses Egoismus die gesamte Kultur dem Untergang preisgibt. Dieses Narrativ ist schon mindestens 100 Jahre alt und nicht die Ausgeburt der heutigen Gesellschaft. Die Nationalsozialisten lehnten Spenglers fatalistische Sichtweise selbstverständlich ab. Sie passte nicht zu ihrer Siegheilmentalität. Ebenso wenig passen Spenglers Analysen auf die Propaganda der Alternative für Deutschland, der zufolge der akute Kulturverfall und die Inkompetenz der aktuellen Regierung zu den Geißeln des deutschen Volkes gehören. Eine Alternative zur intellektuellen Aufrichtigkeit ist diese Partei allerdings nicht. Die AfD gibt sich als Vertreter des kleinen Mannes aus, setzt sich aber gegen die Erhöhung des Mindestlohnes ein. Sie propagiert die Stärkung der Familie, möchte aber die Frauen in den Ketten der Transition verhaftet sehen. Und letztendlich sieht sie Diversität als Bedrohung, obwohl Deutschland aus einem Vielvölkerstaat hervorging, also einem Zusammenwachsen von Kulturen. Dass die deutsche Kultur dem Untergang geweiht ist, kann mit Spengler hingegen als natürlicher Lauf der Dinge bezeichnet werden. Ein nicht aufzuhaltender Prozess, gegen das kein deutsches oder sonstiges Kraut gewachsen ist.